Mein Name ist Rudi Hupfeld, ich bin Inhaber des BMW Autohaus Hupfeld in Melsungen. Wir sind BMW-Vertragspartner und bieten den Service rund um ihr Fahrzeug. Unsere Tätigkeit erstreckt sich über den Verkauf von neuen BMW-Modellen, BMW-Dienst- und Jahreswagen bis hin zum Verkauf von Gebrauchtwagen. Mit einem speziell ausgebildeten Team für Service-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an Fahrzeugen der Marke BMW und anderen Herstellern sorgen wir für die tägliche Mobilität unserer Kunden. Aktuell werden drei Auszubildende in das Berufsleben des Kfz-Mechatronikers eingeführt, sowie eine weitere Auszubildende in den Beruf der Bürokauffrau. Unser Motto lautet, die Zufriedenheit unserer Kunden steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Das Handwerk ist Zukunft und bietet Perspektive.